Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist doch gerade ein Schiff. Wir haben vorhin über Angst gesprochen. Moment, hier ist gerade die Polizei, bricht gerade die Tür auf. Polizei! Polizei! Ich will die Hände sehen! Auf dem Boden! Auf dem Boden! Runter! Runter auf dem Boden! Die Hände! Geh runter! Die beiden nach oben! Stopp beim Boden! Den Hund wegziehen! Den Hund wegziehen! Zwei Personen hier! Ab oben liegen bleiben! Wie sind Ihre Namen? Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Ich bin Andreas Lohack. Kannst du irgendwelche Messe am Hafen irgendwas einstecken? Nein. Computer aus! Ich bin Andreas Lohack. Ich bin Andreas Lohack. Untertitelung des ZDF, 2020